Die beste Serie 2019, da kann ich sagen, Tote Mädchen lügen nicht, 2. Staffel, ey, 3. Sorry, 2. Staffel, das war echt, das war hart, würde ich sagen, das war das Beste. Auf jeden Fall Staffel 10 von The Walking Dead, zumindest die A-Hilfte haben wir, also wenn das hier ausgestrahlt wird, schon gesehen, aber ansonsten auch Tote Mädchen lügen nicht, Staffel 3, wo ich mir gedacht habe, eigentlich dachte ich, die können die Geschichte gar nicht mehr fortführen, aber haben sich selbst wieder übertroffen, einfach.